heute hier ist wieder michael und ihr seht ich habe euch wieder was mitgebracht ihr seht diesmal sind es nicht ein huf sondern es sind vier hufe die wir digital erfasst haben also ein ganzes pferd und das ist ja wieder nettes spielzeug ihr seht man kann das so drehen und sich aus verschiedenen perspektiven anschauen und ich sage erstmal vielen dank an der stelle auch für eure rückmeldung die haben mich doch ermutigt auch ein zweites video zu machen für diese digitale analyse von huf situation also ihr seht ich kann das hier wieder in alle richtungen stellen ich kann daran zoomen je nachdem was ich gerade sehen möchte und ich habe mir ein thema für euch mal so ein bisschen jetzt in den blick genommen das sollen jetzt die vorderhufe sein die will ich mal mit euch näher anschauen das ist ja immer so ein bisschen die frage wenn ich so hufe beurteile wie stelle ich mich hin wie positioniere ich mich wie kann ich was am huf erkennen und das kann man eigentlich mit so einer ansicht hier sehr gut machen weil ich jetzt einfach verschiedene positionen einnehmen kann und so eine ganz typische position um etwas am huf zu erkennen das ist natürlich hier die ansicht von vorne und da gehen wir gleich mal auf vorne links und stellen uns mal die frage ist im 10 bereich irgendwo eine wand zu erkennen die flache ist ihr seht das kann man hier so ein bisschen erkennen dieser wandbereich ist flacher ihr seht aber auch ist es wichtig wie ich mich positioniere wenn ich das so ein bisschen drehe und verschiebe also nicht genau vor dem huf bin dann ändert sich diese perspektive das ist aber jetzt nicht die einzigste perspektive die ich nutzen kann ich kann und das könnt ihr auch machen ich kann mich auch direkt neben die gliedmaße stellen das heißt neben den huf und schau einfach von oben auf den hufen das wollen wir jetzt mal an dem beispiel hier machen wenn ihr hier mal schaut guckt mal jetzt gucke ich so von oben auf den huf und frage mich jetzt mal vor allen dingen im 10 bereich ist da irgendwo eine flache wand zu erkennen und wenn ich hier rechts mal anfangen guckt mal so ein bisschen hoch dann seht ihr hier ist die hufwand flacher der bogen ist größer hier geht es enger und schneller nach hinten das heißt hier außen die wand steiler hier innen flacher und noch deutlicher sehe ich das eigentlich an dem huf guckt mal hier ist die flache wand innen an der zehe und die steile wand außen also dieser blick von oben direkt neben dem pferd stehend ist eigentlich auch ein sehr guter blick ihr könnt aber wenn er das macht noch ein paar andere sachen erkennen und wenn er jetzt mal genau schaut und guckt mal hier so ein bisschen auf die breite der hufwände der seitlichen hufwände dann seht ihr ja da sehe ich doch ein bisschen mehr hufwand und hier guckt mal da ist die wand einfach steiler das heißt dieser linke huf ist einfach von seiner form kompakter er sieht fast so ein bisschen aus wie so ein rechteck will ich mal sagen und der rechte huf wirkt ein bisschen größer das sieht man glaube ich auch ganz guten vergleich rechts ein bisschen mehr größer und was heißt es das bedeutet eigentlich ein huf der größer ist hat mehr last und das kann man hier auch relativ gut finde ich erkennen in der ansicht von hinten wenn wir jetzt mal von hinten auf den huf schauen und das mal vergleichen dann seht ihr hier rechts in die trachten viel flacher hier sind sie höher das spricht auch dafür dass dieser huf mehr belastet ist und nicht nur der huf verrät uns das sondern schaut euch mal das fesselgelenk hier an in dem bereich guckt mal das ist ja richtig schwammig das hat keine klare struktur hier drüben sieht es eindeutig besser aus also hier kann ich sogar vermuten dass ich hier vielleicht links ich kann noch ein bisschen drehen dann können wir mal in die struktur ein bisschen reinschauen dass ich vielleicht auf der linken seite irgendwo ein problem habe in der sehnen struktur und was erkennt man hier ist der fesselträger und schaut mal hier das ist das beugesehnen paket sagt man aus der tiefen und oberflächlichen beugesehne und das ist doch in der struktur nicht mehr so eindeutig klar hier drüben sieht es ein bisschen besser aus zumindest im vergleich und das könnte jetzt so ein thema sein ist eine vermutung muss es nicht sein es gibt immer viele dinge am pferd zutreffen können aber wenn man noch mal so die ansicht hier hat und vergleicht die fesselgelenksituation könnte das ein grund sein warum das pferd links entlastet und es zu dieser rufsituation kommt ihr seht was man mit diesen digitalen methoden alles machen kann ist sehr spannend wir haben uns jetzt mal hier was rausgepickt ja und wenn euch das wieder gefallen hat und ihr sagt ich will mehr davon sehen dann lasst mir wieder mal einen daumen nach oben da und dann verspreche ich euch komme ich demnächst mit einem weiteren video